Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Was erwartest du? Wie stellst du dir die Welt vor, in der du gerne leben möchtest? Es wird dir nicht helfen, immer nur zu jammern und über das zu klagen, was du jetzt oder in deiner Vergangenheit vorgefunden hast. Entwürf ein Bild von dem, was du willst. Und dann gehe der Verwirklichung dieses Bildes entgegen. So viel Gutes steht dir heute schon zur Verfügung.